Bop 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 bop. Okay. Kreuz außen. In. Okay. Was ist das? Ne. Ich hätte gern das hier. Hm. Davon brauchen wir 14 Stück. Ja. Ja. Okay. Kann ich schlafen? Jo. Plopp. So, dann hole ich mal... ...mein Zeugs aus der Hose. So. Der Kern. Oh. Ach, das ist ein Ausguss. Ups. Scheiße. Warte mal. Was brauche ich denn? Hä? Warte mal. Ach so. Die Drain. Ach ja. Die brauche ich, die beiden. Die beiden Tanks hier brauche ich. Oh Mann. Gute Nacht. Okay. Ich brauche zwei hiervon. So. Äh. Spine. So. So. Oh. 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 Das wird es eigentlich noch nicht fertig sein. Aber dieses Ding kommt erst zum Schluss ran. So, ich habe es nicht so, ich habe es nicht so, ich habe es nicht so. So. Boah, ist das nicht anstrengend laut. Entschuldigung. Das Lied ist toll und auch das Spiel ist toll. Siedler 2 war das, ne? Äh, ja, genau. Siedler 2. Siedler 2. Siedler 2. Siedler 2. Äh, wie war denn das nochmal? Nein. Nein. Äh, nein. Das war so, ne? Ja. Ne. Zitzen Tja, wo machen wir das Gussbecken und wo machen wir das Gussbecken? Machen wir auf die Seite. Entschuldigung. Lalalalalala. 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 Lalalala. Achtstück waren wir noch davon. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Hallo. Hallo. So. Oh. 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 Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Flop. Flop. Lalalala. Sieben. Das sah gerade wirklich so aus. Sieben. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber... wir haben platz wir können es bauen wir müssen natürlich noch mal gucken wie wir die lava zuvor machen nananananana das war falsch so So Was brauche ich denn noch Vier davon Und vier davon, die ich aber jetzt nicht machen kann Gut Gute Nacht Guten Morgen Hey Hey Hallo Na ja Auch schon alle da Bop, 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 bop 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 Einer fehlt noch Bop, 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 bop Oh, oh Bop Scheiße Wir haben ja eine sieben und nicht acht Komm, mach ich das so Haben wir hier heute noch so ein Gussbecken Das heißt, zwei von den Gusstischen noch Am besten Und dann können wir das erste Mal Was schmelzen Naja, fast zumindest Uns fehlen Eimer Eimer mit Lava Die Lava Die Lava, die immer da war Mal kurz was gucken Oh, guck mal da Ach, das ist glaube ich nur ein Lava Fluss und kein See Genauso wie da Aber da ist auch ein Lava Lava See Haben wir auch normales Eisen hier? Nein Gut, dann suche ich mal Eben Die Eimer Alles klar Oh Mann Kann das angehen, dass die Eimer auch verschwunden Wenigstens einer What the fuck Die spinnen noch die Idioten So 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 Oh So 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 Mit meinem Hals ist das alles in Ordnung. Oh, ich bin mittlerweile so schwer belahnt, dass ich wie ein Stein untergehe. Ich mag die Kleinen voll. Der hat einen Blob auf dem Kopf. Alter! Ein Blob mit einem Blob auf dem Kopf. Voll süß. Cool, zehn Schleime. Gerne wieder. Okay. Geht ihr gut? Alter, warum zuckt meine Hand so? Na, lass mich durch. Ah ja, ich hätte gern jetzt ein bisschen Eisenerz. Was wollen wir denn jetzt eigentlich genau machen? Ja, erstmal ein bisschen Eisen craften. Sehr schön. Kann ich das wieder rausholen? Ja, kann ich. Sehr schön. Und hier schmelzen Eisen. Ach so. Oh. Ganz vergessen, dass er... Scheiß Maus. Ich hab grad mich am Kopf gekratzt. Das war völlig falsch. Doppelherz. 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 D�력ferz. Doppelherz. Oh Pur. Die sind alle voll. Boah. Nicht aufgepasst. ein ganzer stack verdoppelt und können wir jetzt schlafen das will ich jetzt noch mal machen tank ein tragbarer tank glas und kopfwaren bestimmt ich wollte ja auch noch glas schmelzen nehme ich einen halben stack und kopfwaren und 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 Ich glaube, das geschmolzene Zeit muss oben sein, wollte ich sagen. Ah, verdammt. Tschöö. Oh, ich hoffe, ich werde nicht krank. Oh, mal kurz was trinken. Ah. Hm. Wollen wir nicht draufdrücken? Okay. Mal mit dem Hinteren testen. Okay, Kopfhör. Kopfhör. So. Das dürfte noch gehen. Hm. Mal noch zwei. Mal gucken mal nach, ob das noch für eins reicht. Ich bin nicht so gut im Kopfrechnen, deswegen muss ich hier mal nachgucken. Ja, eine reicht noch. Oh. Böser Magen. So. Hm. Und ja, wenn man das gehört hat, das war auf jeden Fall mein Magen. Das ist voll gepupst. Nein, das war mein Magen. Der hat ge... Der hat eher gequietscht. Hm. Alter. Warum drehe ich mich heute immer so komisch? Äh. Boah. Nice. Na gut, wir haben auch einen... ...halben Sack genommen. So, Glas da rum herum. Da rum, mehr rum, mehr rum. 10 dra... 10 dra... ...dragbare Dunks. 10 dra... ...dragbare Dunks. 10 dra... ...dragbare Dunks. 10 dra... ...dragbare Dunks. 10 dra... Nein! Nein! Ich packe das mal erstmal hier rein. Das hier ist nur eine Zwischenablage. So. Dann gehen wir mal eben... Oh, da. Ah, da, hier. Wo bist du denn? Da bist du! Ja, hallo! Du Sau! Hallo, liebe Schildkröte! Und hallo, liebe Schildkröte! Ich liebe euch! Ich will euch haben! Meins. Mach meins nicht malig. Mach mir meins nicht malig. Ach, egal. Oh Mann, ich will Stardew Valley zocken. Da krieg ich Hüpfelchen. Hüpfelchen! Ich muss da hin. Wie gut so eine Scheiß-Map ist. Naja, ich will nicht sagen, das ist Cheater, aber das ist... Es ist halt nicht mehr Minecraft, aber gut, äh... Es ist ja auch nicht mehr Minecraft, weil das ist ja jetzt After Humans. Ein Spiel, was auf Minecraft passiert, würde ich mal sagen. Oh Gott. Äh, Scholl. Äh, Scholl. Toll. Wollte ich sagen. Ich hoffe, da oben ist jetzt nicht auch noch eine... Du kannst es nicht machen. Bitte du da oben. Sei ein See und keine Höhle. Jaaaa. Sehr schön. Und dann noch so groß. Na beden, ich gebe mal die Kabel. Jetzt habe ich dich mal rein. Oh ja, da oben. Ich fahre das mit dem Kabel. Ich fahre das mit dem Kabel. Und dann führe es das mit dem Kabel. Und dann schwangen wir das mit dem Kabel. Und dann noch mal ein bisschen. Ich fahre das mit dem Kabel. Ich habe leider nur einen Eimer, deswegen muss ich das mal so machen. Ich habe leider nur einen Eimer, deswegen muss ich das mal so machen. Ah ja. So. 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 So, ich habe hier echt Angst. So. 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 Der ist jetzt voll. So. 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 Oh Gott. So, du bist noch nicht voll, ne? Nein. Jetzt bist du voll. Es ist voll. Oh Gott. Wow. Oh nein. Entschuldigung. Nur solange wir hier an der Lava stehen. Sobald wir wieder nach Hause gehen, schalte ich wieder um. Oh Gott. 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 Nicht mehr viel. Mann. Hä? Sag mal. Aha, okay. Ah, die Musik, ne? Entschuldigung. So. So. Der ist jetzt voll. So. 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 So, einer noch. So. Und noch mal einen Eimer, den ich dann direkt in den Ofen packe. So. 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 Parker. So. See if we can do not let out of threeier bulletز, flage, 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 l aller, flage, flage. We can throw off of here, so eincher, marleth, l объ. So. 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 schlau war ich schwör auf alles so und ab nach hause Du Sau. Du dreckige Sau. Yeah, Bebe. Ich bin ja auch wirklich direkt in die Arme gesprungen. Ja, ist doch gut. Ja! Kann das dann gehen, dass ich gerade an unser Haus vorbeigehe? Boah, die Musik wieder. Boah. 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 Ein normaler Klinkert. Ja, Bebe! So, 8, 9, 10. Perfekt. Raus, rein. Raus, rein. Raus, rein. Kennt ihr ja, ne? Rein. Gut. Wir haben ganz viel Lava. Naja, ähm... Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir das Ganze mal noch ein bisschen weiter ausbauen. So. Und mal auch ein paar Sachen beim Craften. Unter anderem eine... Endlich mal eine Abenteuerrüstung zum Beispiel. Die müssten wir auch mittlerweile machen können. Ja? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Na gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.